UNTERTITELUNG 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 .... Elisabalzamo war ein sehr schweres Sprint, wie war es für dich? Ja, es war ein sehr schweres Sprint, mit vielen Climbs und das letzte Kiel war sehr schwer. Ich versuchte, mein Bestes zu tun und es war sehr schwer, aber am Ende habe ich gewonnen und ich bin sehr glücklich. Ja, dein Bestes war gut genug, du hast schon so viele Sprinten gewonnen, sogar größere Sprinten. Was bedeutet das für dich? Das ist sehr wichtig, denn ich bin hier, um die besten Legen zu finden, für ein Giro und so bin ich glücklich mit diesem Gewinn. Und morgen, was ist dein Ziel? Ich versuchte, Lucinda zu helfen, für die G.C., und dann einfach zu leben und zu erreichen, auf der letzte Kiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben die ganze Erfahrung reingelegt. So sehen Sie aus die Weltmeisterin, die Nummer eins in Coeur, Elisabalzamo. Goh! 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 Alles aus rein. Flowers and don't forget the extra power. Da ist auch noch ein extra power-event mitgebracht. Make the hot. It's a power bank. It's a power bank.